Moin Leute, mit Alicia haben wir mittlerweile ein ziemlich krasses Monster für die Arena Offense bekommen. So klamm und heimlich durch die Balance Patches hat es vielleicht der ein oder andere noch gar nicht wahrgenommen. Alicia ist mittlerweile richtig stark geworden für die Arena Offense. War sie früher auch schon, aber mittlerweile sogar noch ein bisschen mehr. Ich zeige euch heute in dem Video mal, wie man mit Alicia am besten umgeht in der Arena Offense, mit welchen Monstern sie am besten gespielt wird und was die für einen höllischen Schaden auspacken kann. Ich würde sagen, wir starten rein. Was macht Alicia jetzt so besonders? Vor allem die dritte Fähigkeit kann ja, wenn Gegner besiegt worden sind oder wenn sie eingefroren worden sind, eine zusätzliche Runde geben. Was bedeutet, ihr nutzt dann meistens die dritte Fähigkeit, um dann in die zweite reinzukommen. Das heißt, ihr nutzt beide Damage-Dealer-Fähigkeiten hintereinander, was extrem viel Schaden austeilen kann. Vor allem die Leute, die vielleicht schon mal in den Genuss gekommen sind, eine Tiana zu haben, ist die gleiche zweite Fähigkeit. Die kann garantiert kritten, wenn der Gegner keine Buffs mehr trägt. Und das kann höllisch wehtun, werden wir gleich nochmal sehen. Und wenn ihr quasi beide Polarköniginnen habt, habt ihr die doppelte Packung dafür. Auch nicht so verkehrt. Gleichzeitig bringt Alicia noch eine 44er-Angriffskraft-Lied für die Arena mit, was ziemlich, ziemlich gut ist. Und ihr könnt sie eigentlich auch unausgeskillt spielen. Da funktioniert sie auch ganz gut. Natürlich für, wenn ihr noch mehr Schaden haben wollt, dann geht ihr in die Schadenskill-Ups hier natürlich mit rein. Aber müsst ihr nicht für die Arena-Offense, zumindest nicht. Und deswegen würde ich sagen, geben wir jetzt auch mal direkt dort rein. Ich habe euch zwei Teams vorbereitet, wo wir mal ein bisschen drauf schauen wollen, wie man Alicia in welcher Kombo spielt. Starten wir rein in die Teams. Ein Team, was ich euch hier vorbereitet habe, habe ich mich auch inspirieren lassen im Livestream bei uns. Der gute Schinze hat mir das vorgeschlagen und das läuft echt gut. Also puh, das drückt richtig viel Schaden. Natürlich sind hier auch drei NetFives dabei, die ihr haben müsst. Die sind natürlich richtig, richtig gut. Ihr könnt natürlich auch Alternativen benutzen. Wir gehen mal in die Premium-Variante rein. Wir sehen hier eine Adriana oder in der Cookie-Run-Kingdom-Version ist das der Bourbon-Vanille-Cookie, der, der auf der dritten Fähigkeit Angriffskraft, Angriffstempo und Immunität buffen kann. Zweite Fähigkeit hat noch Unbewusstheit, auch nicht schlecht. Den nutzen wir hier einmal. Wir nutzen Tiana und wir nutzen Luer. Ja, Luer, vielleicht nicht so häufig bekannt, auch ein sehr solider Defense-Breaker, flächendeckend. Wir gehen nochmal so ein bisschen jetzt chronologisch vor und dann kommt hier Alicia. Die Reihenfolge geht quasi so los. Wir starten mit Tiana, Speed, Crit, Damage und Attack, so schnell wie ihr könnt. Wenn ihr sie noch auf Crit, Damage und Attack baut, dann wird sie auch gleichzeitig noch zum Damage-Dealer. Die kann wirklich richtig böllern mit der zweiten Fähigkeit. Werden wir gleich nochmal sehen. Dann als zweites in der Runde ist dann euer Cookie dran. Das bedeutet Adriana. Das ist dann dies hier auf SpeedHP ACC, dass ihr einfach mit der ACC auch nochmal die zweite Fähigkeit benutzen kann. Beispielsweise gegen sowas wie Halfas, dass ihr dem einfach sein Passiv ausschalten könnt, wenn ihr sowas sehen solltet. Dritte Fähigkeit, sehr sehr schön, Angriffskraft und Tempo-Buff. Auch nicht so verkehrt, vielleicht auch mit Poseidon zusammen. Dann sehen wir hier Luer. Luer habe ich hier auf dem Qual-Villes-Set. Der ist auf Speed, Attack und ACC. Ein bisschen Attack ist nicht so verkehrt, dann macht ihr gleich noch ein bisschen Schaden mit. Und ihr könnt hier auf der dritten Fähigkeit erklärtes Verbrechen, übrigens Angriffsleiste verringern um 50% und natürlich die Verteidigung. Und das Ding kann nicht glanzen. Das heißt, auch wenn ihr Windmonster angreift, ist das das gleiche, wie wenn ihr im vorteilhaften Attribut angreifen würdet. Zumindest was die Defense Breaks angeht. 85% ACC ist das Cap, worauf ich hier achten würde. Ich habe hier nochmal sowas gemacht wie Schaden auf Wind. Oder hier, ja ich hatte nichts besseres. Also eigentlich will man hier vielleicht noch ein bisschen mehr ACC pushen, wenn man es nicht genug über die Runen rausbekommt. Aber ich habe jetzt einfach erste Crit-Damage gemacht und erste ACC und das war's. Ansonsten könnte man auch zweite Fähigkeit ACC benutzen. Und dann kommt unser Monster, weswegen es heute so umgehen soll. Alicia. Und die sollte zumindest in dieser Offense recht schnell sein. Je nachdem, wie schnell eure Tiana immer ist. Wenn eure Tiana nicht auf plus 200 ist, sondern vielleicht nur auf plus 180, dann kann natürlich auch die Alicia nochmal 20 Speed langsamer sein. Also müsst ihr natürlich gucken, was bei euch so geht. Aber ihr habt natürlich dann irgendwann auch so den Punkt erreicht, wo ihr dann sagt, na gut, wenn die Tiana zu langsam ist, sagen wir mal so 160 oder 150, dann wird es schon eng, dass ihr überhaupt noch Gegner outspeedet. Und gerade auch gute Bruiser, also ihr greift ja sowas wahrscheinlich, also ihr greift ja so eine Off-Tank-Geschichten an, die meistens keine Speed-Lead haben, sondern vielleicht mit Ching-Sene HP-Lead. Wenn ihr sowas angreift mit dieser Offense, dann kann es auch mal sein, dass gut geruhnte Monster dort auch so plus 150 Speed haben. Und deswegen solltet ihr schon mindestens so 180 im Best-Case das, was ich hier schon gesehen habe, auf Tiana haben. Und dementsprechend müsst ihr dann noch eure Alicia schneller sein. Die hier ist komplett Speed-Tuned, also ihr könnt euch an der hier so ein bisschen orientieren, wenn ihr das spielen wollt. Natürlich ist es ziemlich schnelle Ruhen und sie ist auch noch auf Rage. Wenn ihr keine Rage-Ruhen habt, versucht es mit Tempo-Ruhen, weil ihr dennoch den Speed-Effekt bekommt. Die funktioniert auch trotzdem dann. Die ist hier auf Speed, Crit-Damage und Attack, auf Zorn und ihr seht, die ist auch unausgespielt. Ich habe hier auf dem Artefakt links einmal Crit-Schaden, umso höher die gegnerische HP und auch ein bisschen umso niedriger, weil wir nutzen ja beide Fähigkeiten und ich habe hier auf der zweiten den Crit-Damage vor allem noch drauf. Ich hätte hier gerne was Besseres, ich hatte nichts Besseres an Artefacts. Das knallt sich natürlich noch ein bisschen mehr und ich würde sagen, das war so ein bisschen die Vorstellung für dieses Team. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen rein, wie das funktioniert, wie viel das so an Schaden drückt und dann stelle ich euch gleich nochmal eine zweite Variante vor. Gegen welche Defense ihr vor allem hier gut mit Alicia rangehen könnt, sind Defenses, wo Marlon drin steht. Marlon macht nämlich nicht so viel, wenn sie eingefroren wird, beziehungsweise gestunnt. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten dafür, einmal hier mit dem Luea und da läuft der Stunt schon. Und wir haben sogar noch ein paar weitere Stunts getroffen. Wir treffen sogar auch drei Freezes und jetzt guckt euch den Schaden an. Ich mache 1er Speed und die sehen alle ziemlich danach aus, als ob sie jetzt wegdroppen. Das sind 30.000, 34.000, 25.000 und 31.000 und damit ist das Ding durch. Und ihr seht, ihr habt noch ziemlich viel Schaden übrig gehabt, weil, selbst wenn das jetzt fertig gewesen wäre, Tiana hatte ihren S2 noch und hätte dieselbe Ladung an Schaden nochmal machen können. Das war ein Beispiel, wie gut das hier klappen kann, vor allem gegen Manons. Vielleicht finde ich noch ein zweites für euch. Zweite Defense, wieder was mit Kanal. Abelio, Manon und wir sehen jetzt hier einen Tiana. Tiana wegen dem Passiv natürlich ein bisschen eklig, soll uns aber nicht weiter stören, solange wir den Defense Break treffen. Von Luea, wie sieht es da aus? Ich bin immer noch auf 1er Speed, by the way. Der Manon-Revenge macht uns nichts, weil wir ja hier letztendlich, wir haben den Freeze getroffen, sehr gut, weil wir hier letztendlich ja Wille drauf haben. Und ihr seht auch, wenn wir die Zusatzrunde bekommen, Abelio hat schon voll den Angriffsbalken, aber das ist unserer Alicia egal. Wir machen mal den S2 und wir drücken hier gleich Pause. 25.000, 40.000 auf der Tiana. Und selbst der Abelio ist kurz davor, rausgedroppt zu sein. Lassen wir jetzt noch so stehen. Hier passiert nicht mehr viel. Trotzdem, der Kanal vielleicht, selbst wenn der rausprocken würde, würde hier nicht mehr viel passieren. Dank der Adriana können wir sogar den Abelio Oblivion, ihn stunnen und jetzt zur S2 von Tiana. Und ihr seht, da passiert auch höllisch viel Schaden. Also wenn ihr beide Polarköniginnen habt, ist das wirklich heftig, der Schaden, der da rausgepackt werden kann. Allein mit der zweiten Fähigkeit kann ich nur empfehlen, wenn ihr diese Monster habt, die auch zu nutzen für die Arena-Offense. Die können wirklich richtig böse Schaden machen. Kommen weit zu Schwimmer mit der Offense. Eine dritte habe ich noch für euch. Wir sehen hier Vanessa, wir sehen wieder Marnon, Klassiker und wir sehen Nora und Camilla. Camilla ist tatsächlich ein Monster, was gegen Alicia ziemlich gut ist. Das heißt, die kann uns ein bisschen Probleme machen, vor allem wenn sie in doppelter Version dasteht. Da gibt es auch schon Leute, dass jetzt wieder die Zeit angebrochen ist, wo wir wieder sehr viele Camilla-Devs sehen. Wir machen die dritte Fähigkeit. Camilla hat natürlich resisted, man kennt es. Und wir machen jetzt hoffentlich den Freeze. Der Freeze kam auf Camilla, habt ihr kurz gesehen. Aber dadurch, dass sie sich selber heilt, habt ihr gesehen, dass wir leider mit der Polarkönigin keine zweite Runde bekommen haben. Deswegen, sagte ich gerade, ist die ziemlich gut. Aber wir haben ja noch Tiana dafür. Soll ja hoffentlich kein Problem sein. Wir haben ja noch Tiana dafür. Und jetzt hoffen wir einfach, okay, der Cookie hat reingedirbt. Wunderbar. Wir können jetzt hier die Camilla auch oblivieren. Normalerweise können wir sie oblivieren. Und es hat dann nicht so gut funktioniert. Jetzt kommt der Alicia S2 und huch, wo sind denn die Gegner hin? Und jetzt steht bloß noch die Camilla. Und trotzdem, wenn wir hier gut Schaden machen, ihr seht, selbst da waren gerade keine Defense Breaks drauf auf den Gegnern. Und die sind einfach rausgedroppt aus dem Leben. S2 rein in die Camilla und damit haben wir es wieder geschafft. Und jetzt gucken wir uns einmal die andere Offense an, die ich euch noch vorbereitet habe. Dann ist hier die zweite Version, die ich für euch vorbereitet habe mit Alicia. Grüße auch nochmal an Shinza und an Kazuki, die mich darauf hingewiesen haben, dass die Polarkönigin aktuell ziemlich gutes Monster ist in der Arena-Offense. Und da habt ihr ja bisher auch schon gesehen, was die scheppern kann. Hier in der Version mit Psamath und mit Galleon statt mit Adriana und Luia. Ich zeige euch nochmal die beiden Monster. Das ist der Psamath. Beziehungsweise wir machen es anders. Ich zeige euch mal direkt die Tiana vorneweg. Die ist die schnellste. Dann als nächstes kommt Galleon. Das ist die Angriffsreihenfolge. Der ist hier auf Speed, Defense, A, C, C. Diese Flat Defense sind nur deswegen da, weil er halt Speed irgendwie auf der Rune hat. Dann kommt Psamath als drittes Monster. Den haben wir hier auf Speed, Crit, Damage und Attack. Und hier ist wirklich wichtig, wie wir es vorhin auch schon hatten, dass der Speed-Tuned ist. Und der ist genau Speed-Tuned. Ich glaube, der kann vielleicht maximal ein bis zwei Speed noch verlieren. Ansonsten kann es passieren, dass Gegner hier reinkatten können in den Psamath. Das wollen wir eigentlich nicht. Und wenn ihr es könnt, dann haut ihr auf den Psamath auch noch für die zweite Fähigkeit noch ein bisschen zusätzliche A, C, C mit rein. Weil wenn da so Leute wie Abelio stehen, kann das mal ganz wichtig werden auf einmal. Und dann haben wir natürlich die Alicia. Die habt ihr gerade schon gesehen, da hat sich nichts verändert. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Und ich gucke mal wieder, was wir so an Gegnern damit so angreifen können. So, und den Gegner, den wir jetzt hier gerade schon hatten, den haben wir schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ich habe jetzt mit Tiana die dritte Fähigkeit gemacht. Gellian hat alles getroffen. Unglaublich. Und jetzt versuchen wir mal mit Psamath hoffentlich den Abelio zu resetten. Das hat sogar funktioniert. Und jetzt seht ihr, wir haben den Freeze getroffen. Der Gegner stunt uns Gott sei Dank nicht mit Kinky. Und jetzt Watch Again. Wir sehen jetzt einmal Bam, Schaden rein schallern. Und das sind es 28.000 und 34.000. Und ihr seht, selbst so ein Kinky bei der zweiten Fähigkeit bleibt dann kein Auge mehr trocken. Und wir hätten ja noch den Tiana S2 gehabt. Also hier auch wieder sehr heftiger Damage, der vor allem mit der Speed Lead vom Psamath reinkommt. Ihr erinnert euch, mit dem anderen Cookie hatten wir eigentlich noch eine 44er Attack Lead. Also auch damit kann man sehr viel Schaden drücken. So, und hier habe ich so ein bisschen mein Glück überreizt an der Stelle. Ich bin hier in so eine Wetschat Defense rein. Und ihr habt es gesehen, die Bastet, die hat gerade eine Runde bekommen und hat die dritte Fähigkeit nicht benutzt. Das soll nicht unser Problem sein. Wir machen jetzt unser Zeug trotzdem. Das hat jetzt besser, mehr Glück als Verstand gehabt an dem Moment. Wir machen den S2, der wieder die Abklingzeiten erhöht. Wunderbar. Und jetzt ist hier wieder Schicht im Gott. Die sind ja jetzt schon weg. Die sind ja jetzt schon weg. Na gut, dann ist das so. Und wieder ein Sieg in der Tasche. So, wir haben hier noch eine sehr interessante Defense. Will ich sie mal nennen. So habe ich es auch noch nicht gesehen. Wir sehen den Sagar und eine 33er Speed Lead. Das greife ich einfach mal an, weil ich mir so denke, nö, der Sagar wird bestimmt langsamer sein, dass meine Tiana hoffentlich so sah es auch aus. Und jetzt haben wir auch die zweite Fähigkeit. Kriegen wir den Reset auf Psamav? Kriegen wir. Und jetzt einmal rein. Leute sind gefallen. Und jetzt fällt der Rest auch nochmal wieder. 30.000 bis 38.000. Gottbis Willen, dieser Schaden. Und jetzt habt ihr zumindest mal so ein bisschen gesehen, wie man mit Alicia spielen kann. Ich bin hier gerade auf dem Montag unterwegs. Wir sind hier gerade auf Rang 180 oder sowas. Das Ganze muss ich ja noch so ein bisschen legen. Aber ihr habt mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wie man jetzt mit Alicia auch in der Arena Off derzeit spielen kann. Ich habe auch noch die ein oder andere Version mit Alicia mal getestet. Wenn ihr das hier mal euch anschaut, in meinen Offs sehen wir hier unten auch nochmal eine Version mit durchaus mit Adriana Luer und mit Poseidon. Aber hier müsst ihr immer gucken, dass der Gegner dann keinen Nemesis Healer dabei hat. Das wäre noch die Möglichkeit, den Poseidon nochmal wieder zu erwecken. Deswegen kann man sagen, man könnte es vielleicht sogar auch mit einem Damaged Chong-Pung spielen. Je nachdem, probiert euch da gerne mal aus. Vor allem die Leute, die Tiana besitzen. Eins der wirklich starken Monster. Und ihr seht, wie gut die Polarköniginnen sind, die mit der zweiten Fähigkeit den Sturm der Mitternacht haben. Also wirklich eine ziemlich krasse Fähigkeit. Danke und wie gesagt nochmal an Shinza und Kazuki für die Ideen mit den Polarköniginnen. Und dann hoffe ich, dass ihr auch wieder so ein bisschen was gelernt habt für die Arena Offense, was noch so viele Möglichkeiten gibt. Und ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Vergesst den Daumen auf dem Video nicht und wir sehen uns einfach im nächsten dann wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.